Oh, guckt euch das an, endlich ist mein Jetpack fertig, ist das nicht geil? Wir sind so schön, wir sind die schönsten Männchen, ja, ja, du! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mark. Mit dabei ist der liebe Blüten. Hi! Hi, alles gut? Na? Ja, und bei dir? Ja, läuft, Digi, läuft, alles cool. Ich habe gerade nur wieder ein kleines Problem, meine ganzen Dynamosel wieder leer und kaputt und ja, ich habe immer ein ständiges Energieproblem irgendwie, aber den ganzen wollen wir ja ein wenig Abhilfe schaffen. Wie geht es dir so, bei dir läuft alles so dazu? Oh, bei mir ist alles gut, ich versuche jetzt hier mal so ein bisschen mein Eigenheim ein wenig zu vergrößern, weil es ist alles schon noch ein bisschen beengt hier und das darf nicht sein. Oh Gott, jetzt fällt hier oben ein bisschen Kies runter. Das ist natürlich nicht so schön. Ich habe ein kleines Problem, ich brauche Wasser, aber ich vergesse immer, das nachzufüllen, ich bin ein Dummkopf, oder? Kann man so sagen. Was hast du denn für eine Energiequette? Ich bin im Moment noch ein bisschen hin und her gerissen, ich habe beides mal ausprobiert. Ich habe zuerst angefangen mit Industrial Craft, habe dann gemerkt, nee, also das ist mir zu teuer irgendwie und zu ineffizient. Und jetzt bin ich tatsächlich auf Thermal Foundation umgestiegen, äh Thermal Expansion umgestiegen. Okay. Und, äh, ja, versuche ich mich daran ein wenig. Es ist, äh, beides hat seine Vor- und Nachteile, aber ich finde doch Thermal Foundation irgendwo ein bisschen cooler. Dieses Pumpensystem, ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie, keine Ahnung. Ja, da gibt es ja auch, eigentlich kann man, das war doch bei Galaxy auch, da konnte man sich eigentlich eine easygoing, äh, unendliche Energiequelle mit so einem Magma-Dynamo, aber ich glaube, da fehlt irgendwas. Ich glaube, von, von irgendeinem Mod-Pack ist da irgendwas nicht ganz komplett innen drinne. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, was ich auf jeden Fall jetzt weiß, ist, dass ich jetzt endlich mal unten meine Mining-Turtle anschmeißen möchte. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist ein gutes Stück. Ähm, ich habe leider keine Endertruhe, weil ich habe mir ein Programm rausgesucht, was mit Endertruhe läuft, aber das macht gar nichts. Ja, das ist manchmal das Problem, dass es dann aber auch nicht funktioniert, wenn du keine Endertruhe hast. Aber, dass das Praktische ist, ich werde heute ein bisschen weitermachen mit meinem Towncraft-Kram und dazu muss ich einmal in den Neta. Was macht das nochmal? Was macht nochmal Soundcraft? Towncraft ist, ähm, so Magie, etc. Also ich werde ein krasser Magier, muss jetzt allerdings erstmal die ganzen Grundelemente erforschen. Okay. Und da bin ich jetzt einfach immer so ein bisschen zu Gange und werde dann hoffentlich heute auch... Ach, das hast du mit diesem Kreis, mit diesem komischen Hexenkreis, ne? Ja, genau, mit diesem Taumometer. Ach, das ist ganz cool, das kenne ich so ganz. Das ist echt richtig nice, vor allen Dingen werden später da richtig schöne Zauberstäbe, etc. bei rauskommen. Und, das habe ich jetzt erforscht, Golems, die mir, die sozusagen Sachen für mich farmen. Ja, die können auch so, die können auch so, genau, die machen so quasi wie eine Mining-Tutle machen die das, ne? Ja, genau, die können auch dann meine Sachen, ähm, sagen wir mal, wenn ich eine kleine Farm habe oder so, dann bauen die das automatisch ab. Das ist richtig nice. Das mit diesen Air-Shards und so, was ist das, genau, mit den ganzen Shards funktioniert das? Ja, wenn du welche brauchst, meld dich, ich habe nämlich ein paar. Okay. Äh, aber eventuell werde ich mich da auch nochmal dran setzen, das fand ich nämlich so mega Projektzeiten. Zumal sehr interessant, war aber einfach so dumm damals dafür. Natürlich hat das jetzt geändert, ne? Ist es auch, ist es auch. Ich habe gestern den, den kompletten Nachmittag eigentlich, damit verbrachte mir das so ein bisschen zu Gemüde zu führen. Vor allem das Ding ist halt auch, du kannst auch, äh, bei den, bei den Erforschungen kann auch echt viel in die Hose gehen irgendwie, ne? Das stimmt. Das ist komplett, äh, in der, in der Sackgasse landet und so. Ja, Freunde. Ja, ich möchte mich weiter meinem Jetpack widmen, sobald ich unten meine, ähm, meine wunderschöne Mighty Turtle wieder angeworfen habe, das süße Ding. Wir haben ja einen schönen Gang gebaut mit dem einen Programm und jetzt holen wir das Ganze mal ein bisschen um, von den Runden her. Ähm, ja, wir haben lange nicht mehr wieder zusammen aufgenommen, ne? Ne, ne, das, das finde ich auch, das ist schade, weil du bist ja absolut mein Liebling, wenn es um Aufnahmen geht. Ach, das ist aber süß, wie ich habe gesagt. Das ist natürlich, Remy, Mensch. Das war aber Kompliment hier, der junge Mann, oah. Ihr müsst mal warten, ihr müsst mal sehen, wenn ich teilweise nach Hause komme, weißt du, das ist, uh. Dann sag ich, Juchibi, hi. Der freut sich so immer mal, dass es, dass es so niedlich wirkt. Ja, sowas habt ihr noch nicht gesehen, ehrlich. Das ist schon, kawaii. Ja, kawaii. Ähm, sobald ich oben bin, will ich unbedingt, äh, hast du schon mal ein Jetpack angefangen oder sowas? Äh, ich hab ein Jetpack. Äh, von Terminal Expansion oder das von Industrial Craft? Ähm, ich hab das von Industrial Craft. Äh, ich bin gerade ein ziemlich dummer Mensch, weil ich, obwohl den Gang, den brauche ich sowieso, das ist nice, dass ich den zumindest nochmal hier gemacht habe. Aber ich brauche ja Obsidian, deshalb wollte ich ja eigentlich hier nach unten gehen, um da ein bisschen Obsidian zu farmen. Denn, heute geht es auf jeden Fall in den Neta. Denn ich brauche Soul Sand, den muss ich nämlich scannen. Aber in Industrial Craft, also, das ist doch, bin ich jetzt, ne, ich finde Industrial Craft, ich finde es irgendwie nicht mehr so cool, ich weiß nicht. Oh, ich finde es extrem nice, also, da sind viele Möglichkeiten, aber ich möchte mich jetzt sowieso, das Ding, was ich machen möchte, ist sowieso ein Mining Laser. Das hört sich auch richtig nice an. Und der ist auch von Industrial Craft. Mhm. Mining Laser ist ganz cool, das kenne ich. Ja, den muss man, der braucht halt mega viel Energie. Oh, wo du wegkommst. Seht ihr hier? Hier unten müsste eigentlich die Endertruhe rein, das lassen wir uns einfach mal. Fuel Level, zack. Und jetzt machen wir die Anzahl Gänge auch mal auf 20, so. Ist die Lada? Das ist ganz so viel gezogen. Oh, das ist ein Slime. Und los geht's. Ihr seht, das heißt, die kleine Maschine farmt jetzt für mich. Und in der Zwischenzeit, geh ich nach oben, war weiter in meinem Jetpack. Und hoffe mal, dass ich das heute noch fertigstellen kann. Und das fehlt ja auch gar nicht mehr so viel. Schauen wir mal, wie das meiste. Da wird Traum ablaufen. Meinst du schon, ja? Ja, auf jeden Fall. Oh, da ist ein Zombie auf dem Huhn. Okay, das ist gefährlich. Da wird's gefährlich. Die absolute Party hier unten. Ich bin's ein bisschen traurig, dass du nicht mit mir hier unten bist. Im Nether? Äh, nee, ich bin noch nicht. Ich brauche jetzt hier erstmal... Also, sobald du in den Nether gehst, da kann ich... Also, da kann ich... Also, da kann ich... Also, da kann ich gleich damit, dass... Ja, gut. Hast du gerade diesen Nausea-Effekt bekommen? Ach, Mann, Alter. Nee, hab ich nicht. Wieso? Ich war hier gerade direkt an Lava. Und jetzt wurde ich hier von so einem blöden Creeper... Von diesem Confusion-Creeper? Ja, ja, der hat mich so ein bisschen weg-teleportiert. Äh, nee, ich bin, glaube ich, gar nicht in der Nähe. Nee, kommt halt darauf an, wo du bist, ne? Also, das ist, glaube ich, nur ein gewisses Reitus von Blöcken. Oh, aua. Wo das Ganze funktioniert. Ach, Freunde. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich mal vorankomme. Ich wollte mir mit denen ein riesiges Kraftwerk hier oben bauen. Und, ähm... Also, wir überlegen halt immer noch, welche Energiequelle es wird. Eventuell verschreiben wir das der atomaren Energie. Das ist halt so der Plan, dass ich mit denen ein riesiges Atomkraftwerk bauen möchte. Und wirklich... Was? Also, das hast du jetzt... Leute, ihr sprengt uns doch in die Luft. Ja, das ist vielleicht... Ich meine... Also, niemand hat gesagt, dass wir eine Mauer bauen. Nein, also... Tatsächlich, äh, mal schauen. Ähm... Es gibt halt verschiedene Energiequellen. Und ich finde eigentlich Atomkraft da relativ sinnvoll, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber Atomkraft, nein, danke. Ja, sagst du jetzt so, weißt du. Also, das ist natürlich jetzt... Hoffentlich krieg ich das mit dieser komischen Spitzhacke. Hast du Sulfur? Äh, nee, Sulfur kriegst du aber, soweit ich weiß, auch im Nether. Ja, das ist das Problem. Den er auch irgendwo... Obwohl, man sagt nicht Sulfur. Da haben auch viele Leute in den Kommentaren bei mir. Sulfur? Verdammt, ich... Oh, dafür brauch ich tatsächlich eine Bier-Spitzhacke. Wieso sagt man denn nicht Sulfur? Och, nee. Nee, weil Sulfur, das sagt man auf jeden Fall anders. Toll, jetzt brauch ich eine Bier. Hast du eine Bier-Spitzhacke? Sulfur? Keine Ahnung. Ja, hab ich. Oh, Mann, ich muss mal hier... Kannst du gerne hochkommen bei mir oben. Ähm, ich baue in der Zwischenzeit mein Jetpack weiter. So. Noch und das hier. Dann Copper Gear. Pneumatik-Server, die brauchen wir erst mal. Das ist echt... So ein Jetpack ist echt richtig aufwendig, Mann. Das dauert richtig lange, bis man es zusammengefahren hat. Ja, aber es macht Spaß, lohnt sich. Ja, klar, es ist halt einfach für die ganzen Distanzen. Es ist echt ultra wichtig, ne? Also man kommt dann einfach super schnell voran. Das macht, glaub ich, schon Sinn. Ich muss auch mal ein System in meine Kisten bringen, irgendwie. Das Ding ist halt, ich sortiere die jedes Mal mit dem Mausrad. Aber trotzdem bringe ich die nach zwei Minuten wieder durcheinander. Ja, bei mir geht's mittlerweile. Warte mal, nee, ich muss hier, glaub ich, längst. Ey, ich hasse das, wenn ich in so einem Tunnelsystem bin und ich weiß, wo vorne und hinten ist. Macht dir das Projekt so bis her Spaß? Ich liebe das Projekt, ich liebe vor allen Dingen die Möglichkeiten, die wir einfach haben an dem ganzen Stüssel. Weil vor allen Dingen hab ich einfach Bock, so ein kleiner Zauberer zu werden mit so Zauberstäben und so. Und mit einem kleinen Golem, der so rumhasselt. Das wird auf jeden Fall ziemlich nice. Nur manchmal ist man halt einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen verwirrt. Und wenn man dann nicht so produktiv ist, dann hängt man da so, oh Gott, oh Gott. Das hab ich grad zum Beispiel. Weißt du, bei den einfachsten... Es gibt einfach so, bei den einfachsten Crowdfunding-Rezepten, da hängst du dann teilweise. Weißt du, was ich meine? Ja klar, zumal man bei dir ja immer noch sagen muss, dass du jetzt nicht unbedingt so viel Zeit immer hast, dir alles durchzustellen. Ja, das kommt immer dazu, genau. Weil du immer noch die gute alte Doppelbelastung hast. Ja, freundlich. Und das natürlich nochmal was ganz anderes ist. So, jetzt brauch ich Dias. Ähm. Ich hab eigentlich Dias. Ich kann dir auch, wie gesagt, wenn du was brauchst, komm dir gerne was. Nein, ich hab sogar tatsächlich welche. Weil Obsidian kann ich doch nur mit einer Dias-Spitzhacke abbauen. Genau, das geht mit keiner anderen, ja, das stimmt. Ja, das muss ich gar nicht. So, Iron, Iron. Oh, warte, hier hab ich noch Spousewood. Kann ich das mal weiterbauen? Zack, zack, und Redstone brauchen wir. Es ist im Moment, äh, also ich weiß auch noch gar nicht genau, Freunde. Ich weiß auch gar nicht, ich hab immer noch keine feste Streamingzeit bei mir etabliert, irgendwie. So, äh, das hat sich noch nicht ganz herauskostetisiert, wann ich am besten streamen soll. Weil ich auch nicht immer Zeit hab, weil ich halt, wie gesagt, zwischendurch einfach noch lernen muss. Das ist halt ein bisschen blöd. Das hab ich nicht schon gemacht, oder nee, hab ich nicht gut. Oh, ist das gemütlich hier. Steve. Wie ist das ein Traum? So, jetzt brauch ich eine Spitzhacke. Hast du, du bist zufrieden? Ich bin gerade richtig zufrieden, weil ich eigentlich, ja, das Einzige, was ich hier wieder hoch musste, ich brauch jetzt nämlich nochmal ein bisschen, ein bisschen Wood. Hör mal, hab ich hier unten noch irgendwas? Oh, Alter, hier hab ich noch richtig viel. Silver, aber wieder kein Copper. Kennst du das, wenn man einfach das Rezept komplett falsch macht, aber eigentlich die Grundkomponenten richtig anordnet? Äh, ja, ich, was ich immer kenne, ist mein komplettes, äh, das, das Rezept 20 mal raussuchen und dann wieder verwerfen und wieder raussuchen. Und dann wieder vergessen, ne? Ja, ja, genau. Und dann, irgendwie, Moment, wie war das noch? Oh Gott! Oh, Alter, neben mir ist gerade ein Creeper explodiert. Gott, bin ich dämlich, Alter, hammerhart. Manchmal, es gibt echt teilweise Momente, wo ich mir denke, ob ich, äh, ob ich irgendwie zum Arzt muss, weißt du, weil ich so blöd bin? Ja, das, jemand hat auch in meine Komponenten, äh, Komponenten, sag ich schon, äh, in meine Kommentare geschrieben, äh, man merkt, dass du ziemlich dumm bist. Okay, ja gut. Ach Gott, hier komm ich ja gar nicht. Kann man mal sagen. Also, ich, ich muss leider das Gegenteil behaupten, das ist, äh, von dumm würde ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Ich würde sagen, ausgeglichen, ne? Also, kann man kein... Ich bin zum Beispiel hier schon wieder in mein Loch geflogen, obwohl ich da, äh, gar nichts machen kann. Eigentlich muss ich hier wieder runter. Aber zum Beispiel, es gibt da einfach so Rezepte, weißt du, die merkst du dir halt einfach nicht, ne? Die, die kriegst du einfach nicht auf den Kasten, so. Ja, ja, vor allen Dingen diese ganzen Sachen, ähm, von, von Industrial Craft, das ist halt immer viel Freemillen, viel Arbeiten, viel Rubber, braucht man auch. Da sind ja, manche Leute bauen sich gerade irgendeine Rubber-Farm. Oh, Alter, die ist nicht wrecking. So, kleiner Enderman. So, jetzt brauche ich nur noch hier vorne die Kolben und dann geht's schon wieder weiter. Zack. Siehst du da, jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht. Ich check halt nicht, warum. Da muss ich erst wieder nachgucken und dann merke ich, dass es wieder ein super einfacher Fehler ist. Oh Gott. Oh Gott. Copper. Copper, Ingrid, hä? Wo ist denn jetzt hier der Fehler? Tinker, Tinker, Copper, Copper. Let's do an Transpation Coil. Ach man, jetzt habe ich schon wieder diesen falschen Coil gemacht. Digga, das ist auch so nervlich, dass man die falschen Kolben immer craftet. Mann. Es gibt echt Momente, da würde ich gerne verzweifeln. Einfach am Boden zusammen sinken und weinen. Hier muss irgendwo ein Spawner sein, habe ich das Gefühl. Echt? Ja, ja, weil hier sind so viele Zombies die ganze Zeit. Ich habe jetzt hier gerade extremst krasse Probleme. Das ist zöber, was ich brauche. Zack, jetzt holen wir uns endlich. Mann, ich hätte nie gedacht, dass das so ein riesiger Krampf ist, hier mal ein bisschen Obsidian abzubauen. Ich habe jetzt hier elf Minuten gebraucht, um hier runterzukommen. Ich will auch noch in den Neda heute. Ob das funktionieren wird, meine Freunde, das sehen wir in den nächsten. Ne, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Das geht ja schnell mit der Spitzhacke. Ich weiß zwar nicht, wieso ich gerade das Obsidian nicht aufheben kann. Das macht mich ein bisschen traurig. Okay, es gibt Momente, wie gesagt, gerade ist es für mich wieder so ein Moment, wo ich mir einfach... Die grundlegenden Sachen habe ich gerade nicht da. Steine zum Beispiel habe ich gerade einfach nicht. Ich habe keine Steine, Mann. Wie beschissen. Was ist los bei dir? Irgendwie läuft es gerade überhaupt nicht, Mann. Irgendwie habe ich eine richtige Denkblockade. Heute bin ich richtig, richtig dumm, ohne Witz. Ja, es gibt ja Tage, da funktioniert es einfach nicht, ne? Ja, aber du hast ja gleich schon gesagt, gleich gibt es ja lecker Essen, ne? Genau, genau. Ich koche gleich nochmal was, Freunde. Da wird es wieder schnabolliert gemeinsam. Das wird auf jeden Fall wieder eine exquisite Mahlzeit. Was wolltest du nochmal kochen? Ich habe mir gedacht, ich mache so Nudeln, ne? Ja. So leckere Nudeln mit so einer kleinen Spätzle, so oder so was. Also mit so einer Speck-Tomaten-Soße irgendwie. Speck-Tomaten-Soße? Ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Vielleicht klappt das auch gar nicht. Das schmeckt ja wieder scheiße. Aber bis jetzt ging es ja eigentlich so. Ich wollte gerade sagen, also bis dato muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich noch nichts Ungenießbares von dir. Echt? Irgendwie gesagt, ne, da war doch alles war eigentlich wie man lecker. Das freut mich. Es war vorweg, also meistens Nudeln. Ja gut, Nudeln sind ja auch einfach. Nudeln machen ja auch bekanntlicherweise Spaß. Und deshalb mache ich auch am ehesten Nudeln. Ja. Das ist ja absoluter Spaß, diese Nudeln. Nudeln, ey Leute, Nudeln sind ja Spaß pur, wisst ihr. Das ist, wenn Rewi Nudeln kocht, ey, da ist hier immer so eine Party. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Das ist richtig krass. Da kommt der Dner runter und schreit rum und da geil. Und alle Leute sind gut drauf. Kev kommt runter, also Kev kommt rum und, oh Gott, Leute, ihr müsst euch mal gucken, wann. Und wenn ich da noch vielleicht noch die Nudeln mache und Simon freut sich, dann müsst ihr mal, Simon freut sich mal richtig, ne? Ja. Leute, wenn es hier im YouTube-Haus Essen gibt, alle rasten aus, ne? Gerade wenn ich meine Nudeln koche. Wenn, ja, es ist, manche nennen es auch, äh, Nudel-Party 2000. Das klingt irgendwie, ja gut. Wenn du das so beschreiben möchtest, wir lassen es einfach mal so stehen. So eine schöne Nudel-Party. Ach so. Ja, weil du wieder alle Sachen zweidotig siehst. Ne, 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 das bin nicht ich, das ist mein Gehirn, da kann ich nichts für. Tut mir leid, das, äh, da bin ich, äh, komplett unschuldig. So, vielleicht schaffen wir das doch noch mit den verbliebenen Rohstoffen, mein Jetpack fertig zu kriegen. Äh, wir sind doch noch gar nicht so lange dran, oder? Ja, wir sind bei circa 13 Minuten. Ja, das kriege ich bis dahin hin. Dann habe ich endlich mein Jetpack, man kann nicht fliegen wie ein Vogel, Freunde. Und dann schaue ich mal unten noch, was meine Mindset-Höne gemacht hat. Ich habe auch die letzten Folgen was kürzer gemacht, also eigentlich dürfte ich diese ein bisschen überziehen. Es ist halt schade, dass die, ähm, Folgen immer so lang werden, aber man muss halt einfach super viel, äh, in den Folgen schaffen und hat auch immer diesen Druck voranzukommen. Äh, weil man sonst nämlich komplett vor die Hunde geht. Weißt du, was ich meine? Also man, 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 man möchte ja auch produktiv, man möchte ja auch seinen Zuschauern auch was, 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 was bieten. Genau, man will ja auch irgendwie was schaffen, so, dementsprechend ist es immer ein bisschen schwierig, aber das läuft schon so. Coppergear brauche ich nochmal eins von. Gebt mir das. Zacks, dann packen wir das jetzt hier in den Ofen. Ach, ich habe doch hier noch einen Pulverizer, den hätte ich auch den nutzen können, glaube ich. Äh, was machen wir hier? Hier, Charcoal, zack. Pass mal auf. Den geht auch locker hier schneller, der Pulverizer, oder? Bin ich mir doch sicher. So, zauern wir mal. Was pulverizest du denn? Äh, pulverizer, ich mache gerade Copper. Ähm, Copper, das geht auch mit Terminal Expansion. Geht das alles viel, viel schneller als mit, ähm, Industrial Craft, ne? Äh, Bison, ja, es kommt noch an. Doch, doch, doch. Also ich merke das, ich habe gerade den optimal, ich habe gerade den 1 zu 1 Vergleich gemacht. Geht viel schneller mit, äh, Pulverized Gold. Okay, das war krass. Ich habe sogar aus Copper gerade, habe ich Pulverized Gold rausbekommen mit Terminal Expansion. Das ist ja völlig verrückt. Aber Terminal Expansion hat halt nicht so viele, äh, Sachen, die man überhaupt bauen kann. Copper, Ingrid. Ja gut, aber trotzdem, äh, es ist, boah, also es ist in Ordnung. Es reicht aus, man, man kommt, man findet sich zurecht. Ich habe hier auch keinen, ich möchte mich annehmen. Oh, das ist Copper. Da ist Copper. Copper? Das habe ich die ganze Zeit immer, immer echt gesucht und habe nie Copper gefunden und nie Copper gefunden, äh, bekommen. Warte mal. Immer Copper gesucht und nie Copper gefunden. Kannst du mir dieses Salfor oder sowas mitbringen vielleicht eins davon? Äh, muss ich gleich mal gucken. Du bist noch gar nicht in der Saar? Ne, 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 ne. Ich muss ja erst mal hier das, das komische Portal bauen. Ja gut, dann sag mir Bescheid. Dann gehen wir gleich noch zusammen da rein, oder? Okay, können wir, können wir gerne machen. Ich muss das hier alles mal ganz kurz ein bisschen. Conductive Iron. Freihauen, ne? Wie geht denn Lead, Ingrid? Habe ich denn Lead Ohr? Lead müsstest du haben. Das ist doch dieses Metall, was man eigentlich liegen lässt immer, ne? Ähm, ne, eigentlich lässt man ja gar kein Metall liegen. Ja, ich, gut. In dem Fall dann schon. Muss das Nether Portal freistehen? Ne, oder? Äh, ich glaube nichtmals, ne. So, dann die Leather Strap darunter. Die ist nämlich. Nehmen alle in der Kiste. So, das ist auf jeden Fall alles richtig. Dann wollen wir jetzt einmal Flint and Steve. So. Natürlich die Frage, habe ich, ah ja, ich habe da Flint. Jetzt muss ich noch einmal dieses, genau, das Lead Stone Ding machen. Brauchen wir wieder Lead Ingrid für? Zack, 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 zack. Ah, ihr Sinn. Ja, wir reden gerade so ein bisschen aneinander vorbei. Es ist halt auch schwierig, wenn man sich so konzentriert, ne? Das ist irgendwie, äh. Ja, jeder macht seinen Schlüssel. Das finde ich gar nicht so schlimm, wenn jeder hier so ein bisschen. Unterhält sich ein bisschen, das ist ganz schön. So. Weil wir haben uns ja am Anfang... Wir reden ja auch sonst nie miteinander. Das ist halt auch so ein anderes Ding. Also, wenn wir halt... Also, wenn ich ja nach Hause komme... Nee, der Portal ist fertig. Echt? Dann mach's auf, dann komme ich gleich zu dir, wenn ich, äh, darf. Dann... Ungern? Ja. Aber, aber ist, ist in Ordnung. Also, du kannst ruhig, kannst ruhig vorbeikommen. Und... Komm zur Party! Ich brauche noch nicht mehr lange, ich muss noch eine Sache ganz kurz craften. Okay. So, dann machen wir das normalic Ding hier. Ich hab hier nämlich auch Confusion vor. Was ist das denn, Lied? Äh. Hallo? Wo ist da hin? Lied? Mein Haus nimmt langsam echt ein bisschen... Ach, da gehört Glas hin, okay. Ja, meins... Ich hab bis jetzt nur bei mir so ein Balkon gebaut. Ach, von dir war der Balkon. Ah, okay. Ich hab den gesehen. Und dachte mir... So, jetzt fehlt mir nur noch ein letztes Teil für das Jetpack. Und das ist nämlich dieser Liedstone-Helm. Koppa, koppa, koppa. Das haben wir auch schon. Ich hab nur kein... Wir sind ja schon bei 17. Ich hab nur kein Seil vor, Alter. Wir müssen direkt in den Läser. Wo bist du? Ja, ich bin, äh, vor meinem Haus und baue da schnell nochmal einen Baum. Hol sich kurz mal hier ab. Ich komme, ich komme, ich komme. Komme. Ah! Hallo! 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 Laut Regelwerk darf ich ein klein bisschen sogar überziehen. Das ist das Schöne. Das ist... Freut mich. So. Achso, genau. Hier ist ja dein Häusle. So, ich hassele direkt mal durch, damit ich meinen Cup fertig bekomme. Geh ruhig durch. Hier. Ich muss hier ganz kurz mal ein bisschen... Ich hab jetzt ein bisschen Angst, um mich zu sein, weil ich noch nie im Läser war, in diesem Projekt. Oh, nein! Aber ich glaube, das ist irgendwie... Okay, kurz ein Lack. Egal, ich muss jetzt aber auch... Hier ist schon Sulfur. Ich brauche... Im Grunde brauche ich echt nur... Oh Gott, nur Soul Sand. Oh, hier sind die auch die ganzen... Oh, ich... Wieso brenne ich? Achso, weil ich durch die Dingens gelaufen bin. Ich weiß es nicht. Oh, es ruckelt gerade ein bisschen. Nether-Cohle nehme ich mir einfach mal mit. Kann bestimmt nicht schaden. Hier ist auch Nether-Corps. Das brauche ich eigentlich. Aber ich kann ja noch so oft hinfliegen. Ja, eben, wollte ich gerade sagen, also... Stört es nicht, wenn ich dein Portal tatsächlich durch meine Nutzer nehme, ne? Ne, um Gottes Willen. Hier ist ein Gravestone. Ich nehme es einfach mal mit. Siehst du irgendwo Soul Sand? Ähm, nope. Aber jetzt nicht. Emeralds? Hier ist Sulfur. Da! Schalt vor. I need Soul Sand. So. Ne, warte mal. Das ist ja ein Nether-Wreck. Sau geil, okay. Das schaffen wir jetzt. Wir schaffen es einfach nicht. Ich habe einfach noch meinen Deadpacker zu bauen. Ich bin gerade so happy. Ich bin richtig pumped, Alter. Und dann... Oh Gott! Können wir endlich gemeinsam durch die Gegend fliegen. Geh bloß nicht zu weit weg. Warum? Weil da hinten sind irgendwelche komischen, gemeinen Tiere. Ach Gott, wie sieht das hier aus? Wie, wat? Ja, ja, das waren so gemeine Hundi. Hier ist doch so ein Pilz und sowas. Wie sieht es denn hier im Nether aus? Richtig strange irgendwie, ne? Ja, sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Warte mal, was ist das denn hier? Warte mal, ich kann doch bestimmt auch. Schaffen ist das doch, Freunde. Ich bin richtig motiviert gerade. Kennst du das, wenn du kurz davor bist, so einen Erfolg abzuschließen? Ja, auf jeden Fall. Deshalb bin ich ja so geierig hier auf den Soul Sand. Weil das ist eigentlich das, was ich... Ich habe aber auch leider keinen gesehen. Wofür brauchst du den denn? Für Towncraft. Ich muss das erstmal erforschen, damit ich das... Da hinten. Jawoll. Komm her. Komm her. Weil ich muss ja echt super viele Elemente erstmal erforschen, damit ich sie dann benutzen kann und zusammenfüge. Aber du kannst das dann in diesem Buch niederschreiben, ne? Ne, das wird automatisch gemacht. Aber ist das nicht so, dass du dann die Erfolge an andere Leute weitergeben kannst? War das nicht irgendwie so? Ne, 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 das kann man nicht. Hey, ich dachte irgendwie, man kann so ein beschriebenes Buch, kann man demjenigen dann geben. Ich dachte immer, okay. Zack, wieder zurück hier. Wieder in die normale Welt. Dann lade ich. Ob ich jetzt bei mir rauskomme oder bei denen. So, jetzt mal gucken, wie wir das mit dem Sulfur machen. Wie das jetzt genau? Zack. Und den Sulfur muss ich einfach in Grindstone machen. Hä? Wie kriege ich denn da Sulfur raus? Oh, jetzt ist das wieder nur ein Basic Machine Dingens. Basic Machine Block. Naja, das ist... Ich muss jetzt hierhin tun, weil ich muss jetzt einfach mal hier so ein bisschen... Ich möchte gerne ein bisschen an meinem Häuschen einfach mal, dass es ein bisschen besser aussieht alles. Das ist nur so ein bisschen Work and Progress. Warte mal, nach Soul Sand brauche ich Papier. Okay, das kann ich schnell machen. Kann ich direkt das nächste scannen. Ach, vollweise. Einfach okay, super easy. Paper. So, zack, dann rein damit. Schnell, 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 schnell. Und dann craften wir das jetzt ganz kurz. Und dann haben wir endlich mein Jetpack. Ach krass, wie viel da rauskommt. Heftig. Gishia kombinieren damit. Digga, ich schaff's einfach noch. Sauber. Das, äh... Ja, Bolt und Humano. So, Lead, Lead, Copper, Sulfur, Redstone. Und... Ach, jetzt muss ich Flint scannen. Ich glaub, Flint hab ich sogar schon mal gescannen. Hä? Und... Und jetzt hab ich Instrumentum. Ey, das macht eigentlich so viel Spaß, die ganzen Sachen, weil ich hatte immer so Probleme, als ich mit denen immer aufgenommen hab, weil ich hatte mir so ein Tutorial angeguckt, was überhaupt nicht funktioniert hat. Weil es gibt so mega wenig Tutorials über die 1 Punkt... Nee, über die 4 Punkt 2. Und das ist das, was so wichtig ist. Weil das gibt's ganz andere Rezepte. Und ich hab jetzt einfach mal in den letzten beiden Folgen mehr geschafft als, äh, die letzte Woche. Echt? Vor allem in Timecraft, ja. Aber jetzt wird's aber nochmal ein bisschen schwer, weil jetzt brauch ich einen Apfel und einen Milk Bucket, sowie einen Cake. Hast du zufälligerweise einen Apfel? Äh, kann gut sein, ja. Kann ich mal bei dir kurz hinfliegen und gucken? Ich muss ihn ja nur scannen. Will ihn ja nicht essen. Wieso ist denn so ein Jetpack? Wieso geht das jetzt nicht? Ist doch genauso. Lied, Lied. Apfel, Apfel, Apfel. Ach, das ist Silver, okay. Apfel? Apfel? Ich müsste irgendwann mal welchen haben. Da, ist tatsächlich ein Apfel. Den muss ich mal ganz kurz... Hier mit dem Papier... Was machst du damit, Ekeliges? Äh, ich scanne den. Hast du zufällig, äh, Lied noch für mich? Ähm, kann ich gleich mal gerne gucken. Dann hab ich nämlich mein Jetpack fertig. Oh, guck mal, vielleicht hat er auch den da noch irgendwo was übrig, bestimmt hat der. Was? Noch Lied. So, das Papier. Jetzt brauch ich noch ein Milk Bucket. Okay, dafür brauch ich eine Kuh. Guck mal ganz kurz. Ich klammle mal das. Habt ihr nicht gesehen, Freunde. So, zeig ich, knagge ich. So. Lied brauchst du? Ich hab's schon. Oh, und hier ist mein Jetpack. Endlich, ich hab's geschafft. Und los, los, fliegen, fliegen, fliegen. Ja, ich muss das erstmal aufladen, oder? Ja, an der Bedbox oder so. Hast du eine? Äh, ja, komm, komm, komm schnell zu mir. Komm. Oder, ich hab hier oben auch eine Bedbox, warte mal. Okay, dann kannst du mal einigen. Aber das ist ja Terminal Expansion. Das kann ich ja gar nicht da reinlegen. Doch, doch, probier einfach. Nee, Terminal Expansion kann ich die da reinlegen. Das läuft ja mit einer anderen Energie. Achso, weil das, okay. Deshalb muss ich mal so gucken. Äh, Redstone Furnace, Pulverizer. Warte mal, das kann ich gleich noch. Kommt. Obsidian, oh, ich kann das schon mal. So, jetzt. Oh. Freunde, mein Jetpack ist fertig. Ey, das sieht ja problemlos aus. Ja! Ja! Das ist ja so langsam. Huuuuh! Wieso bist du so langsam? Schuuuuh! Oh, guckt euch das an. Endlich ist mein Jetpack fertig. Ist das nicht geil? Wir sind so schön. Wir sind die schönsten Menschen. Jaja, du! Aber da verhält meins richtig lange, Alter, ne? Echt? Ja. Ich hab auch gerade den Hoover-Modus drin. Ich kann den Modus auch wechseln. Das ist halt das Geile an diesem Jetpack. Ich glaub, ein Hover-Modus. Ich weiß gar nicht, ob meins ein Hover-Modus hat. Kriege ich Schaden? Aber ich weiß meins auf jeden Fall schon mal. Aber die Animation ist... Die Animation ist halt geil, ne? Bei mir. Nein! Oh, yes. Ja gut, Freunde. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich guck jetzt noch mal ganz kurz nach meiner Mining Turtle. Und dann würde ich sagen, hustlen wir alles zurück. Ich mach hier mal zu. Dann müssen wir nämlich auch mal Schluss machen hier. Für meine Folge. Ja, auf jeden Fall, meine Freunde. Wie viel Uhr haben wir denn? Also wie lange nehmen wir jetzt auch schon? Äh, wir haben auf jeden Fall überzogen. Also wir sind jetzt bei fast 24 Minuten. Oh, fuck it. Wir müssen eigentlich mal raus. Ich muss da ganz kurz meine Mining Turtle leer machen. Das tut mir leid, Freunde. Das geht nicht anders. Dann haben wir jetzt einfach eine XL-Folge. Dann wird die morgen ja einfach was kürzer werden. Ähm, kriegen wir schon irgendwie gebacken. Vielleicht, äh, wie gesagt, schreibt mir bitte nochmal in die Kommentare, wie das mit dem, ähm, Streaming aussieht, wie ihr das am liebsten hättet. Oh, ich scann' ich noch. Dann kriegen wir das auf jeden Fall irgendwie noch gebacken. Wie krieg ich Schneebälle? Ähm, eben Schneebäume halt einfach, glaub ich, ne? Durch eine Schaufel. Könnte man aber nicht auch irgendwas... Manche Farben doch irgendwie immer so einen Schneemann oder so. Aber den, da brauch ich ja auch erstmal Schneebälle für. So, das hat sie gefunden. Sie hat nur Kacke gefunden, die Mining Turtle. Sehr schön. Ich hab mir eine Energies reinmachen sollen. Patrick, du hast recht. Gut, Freunde. Das war's von dieser Folge Minecraft mag. Ich hab ein Jetpack. Ich bin grundlegend glücklich. Das hält richtig lange. Lasst einen Daumen hoch, dann, wenn es euch gefallen hat. Schaut mal in die Paluten bei. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.